genau keine gefangenen es geht hier schön weiter bei drei fixen ja genau kommen doch ja ich gehe mal hierhin wieso denn dahin so genau ich habe ihr sagt das ist ich habe ihn ja was war denn in letzter folge wir haben oder besser gesagt ich habe oder wir haben du hast ja auch gesehen dass der eine typ die elena entführt hat und jetzt muss ich die halt befreien und da bin ich mal gespannt nicht dass er mit ihr noch schlimme sachen nach hier ich knallte ja in die eier bleibst du mal liegen so aber gucken ob wir noch was dann moniert ist ja die waffe nicht ok ja genau da drüben da drüben wo oh da sind auch diese vier das geht ja mal gar nicht knapp daneben so ich war halt meine waffe erst mal ok jetzt brauche ich das große ding ähm nein ok da ist nichts zum verstecken ok nun legt sich doch mal hin meine fresse ja furcht weil das hier so viele treffer einstecken können aber ruhig vielleicht auch zu weit weg bin wer weiß aber trotzdem was noch jemand das ist ein kaputtes u-boot okay jawohl rein mit dir ins wasser lacht mich los wenn ich jetzt war ja so und weg mit dir seid ihr jetzt viel voller verspittet oh 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 Moment so könne ist das mitnehmen aber ich lasse es erst mal noch das noch mehr moni ja komm ach du heilige moment wow da ist voll ein ganz dickes ding zu sein ach ja diese gegner hier menschen und irgendwelche fremdartigen wesen ich brauche keine ich habe von die arme kiste ok ich kann auch warte mal hier guck mal das m m Hallo, was machst du da? Ah, gerade diese Viecher. Nein, das werden wir ja sehen, guck mir. Hallo, geht's nochmal, Alter. Du scheiß billige Gollumfigur, mein. Noch eine, sag mal. Wer hat denn hier das Tor zur Hölle geöffnet? Ah. Nun haben wir ja nichts mehr an Mundi. Hallo. Ähm, okay, hier ist die Mundi im Moment ein bisschen knapp. Aber, mal gucken. Ja. Dann nehme ich dich erstmal. Hm. Okay. Okay. Der hat sich wohl selbst erledigt. Oh. Ähm. Ach, da oben. Aha. Okay. Moment. Na komm. Ähm. Ähm. gut. Okay, so langsam gibt's wieder Mundi, das ist toll. Ähm. 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 Komm. Dann komm. Komm. Hier sind die Fächer hier, das ist ja wohl. guti ja lauf doch weiter so dann nehme ich mal das hier eben mit einmal kurz taufi taufi machen ja ja ich hab ihn ja noch nicht mal gesehen wie lustig ich hatte ja noch nicht mal gesehen ja ach ok dann ja ja genau die hier vorne ja ja komm ja gut wieder zwei weniger genau ja genau und wurde noch nachladen gut ja auch noch ein abgekriegt ja 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 nun leck dich doch mal hin ja ja Genau noch eine. Moment. Ach ja, bleib doch mal dahinten. Du bist tot. Na komm. ja noch einer super ach ja so hm Annen, oh. gut den habe ich wohl getroffen gut für die kleinen aber auch noch das ist auch noch so ein gewehr ja das darf doch nicht wahr sein der bach ja da in den halt und erwarten du bist du sofort weg obwohl gedruckt bin er auch kaum das kann doch nicht angehen ist dann so der dreifacher sprenger das wird auch voll am ballern oder voll am drücken wie die reihe nimmt achtet ihr in den körper haben ein bisschen weg das kann doch wohl nicht wahr sein also hier Nein, er darf nicht entkommen. Alter, gleich wieder vier von denen. Uhhh, na komm. Uhhh, Alter, das ist doch wohl nicht wahr. Und der steht immer noch. Ja, Alter, das ist aber nicht wahr. Jo. Eine Balle hat auch so ein verrückter. Gut. Das ist doch geknackt, ey. Du bist tot. Ja, ja. Oh nein. Was war, wie fühlt es denn das denn jetzt? Pustet ihn weg. Granate! Vorwärts! Wir brauchen Verstärkung. Das wirst du aber nicht. Aua, ich sage wieder mal beide alle. Tollerweiter. Ähm. Moment. So. Da nehme ich eh nochmal was mit. So. Mit dem warte ich noch. Hier ist klar. Der ist zugesehen sofort weg. Verdammt. Ähm. Oha, 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 oha. Ähm. Okay. Ist da noch jemand, oder? Ähm. Ähm. Jetzt habe ich nur die, aber keine kleinere. Waffe ok kleiner gibt es im Moment nicht oder was wie es aussieht im Moment nicht na gut so nochmal kann sie mich ja nicht anknabbern da geht es nach oben gut aber das mache ich dann in der nächsten Folge bis dahin macht ihr einen schönen Tag und dann sage ich Bye Bye Bye